Weiter oder nicht? Wär jetzt die Frage. Und noch eins. Let it go. Der andere ist ja bis jetzt nicht mehr wieder da, oder? Nee, schade. Ich war ihm jetzt das Internet abgestürzt, kann ja sein. Ein andermal dann eben. Welche Map erwartet uns nun? Oh, Sylvanas, Jaina und Gershlo. Das heißt, Damage, Damage, Heiler, Spezialist und Damage. Nett. Sehen wir mal das Team ab. Das Team-Setup gut benutzen können. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Ja, wir sind da. Man, wobei. Der Sinniger, wenn Gershlo pusht. Und wir die Pflanzen holen. Zumindest auf einer Lane. Damit wird das gemeint. Überlegen. Wie teilen wir uns auf? Gut ein Selfie hat Drall. Sylvanas kann aber Solo. Dann... Na, es könnten eigentlich beide Pusher auf eine Lane. Mir ist es wurscht. Der besteht da Pusher. Ja, komm. Ich helfe unserem Drall. Der muss in den Nahkampf. Den Weg zu. Ziehe kann ich ihn da nochmal ein. Ja, es sind zwei oben. Zwei in der Mitte, glaube ich, habe ich gesehen. Und einmal die Türrande. Gotcha. Schade. Ich halte mich mal dezent aus dem Kampf raus. Kugeln bekomme ich ja trotzdem. Haha. Mal sehen, ob es aufgefallen ist. Schön im Busch sitzen und Eier grauen. Da kommen schon kleine... Shikiririyu. Shikiririyu. Kikariku. Klingt lustig hier. Ja, so richtig schön engagen kann ich ja nicht. Schade. Jaup mit... Haup. Na gut. Dann komm ich mal haupen. Ja, schade. Boah. Wo bleibt der Damage, weißt du? Ansteck... Oh, er ist schämlich. Sylve. Schäm dich. Bin ich für dich gestorben? Könnten sie engagen? Die machen gerade den großen. Ich bin unterwegs. Ja, guck mal da. Geh im Wirbelwind da her. Unser Troll schafft das. Sylve, brauchst du Hilfe? Nein, gut. Und ab nach unten. Ha. Gotcha. Payback time. Oh, yeah. Ja. Ja, guck mal da. Oh, yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 Booyah, nice dann. Jetzt sind noch ein paar Camps, das ist richtig. Hauen wir uns den Vorteil auf den Lanes. Und da hinten gab es sogar noch ein Teil rum. Ich überlasse den Spezialisten mal das Feld mit dem Ungeheuer. Hier mal noch kurz Sif, ein bisschen Damage kann ich ja machen. Jetzt hat's schon noch eine Runde rein. Die Böde des Hammers verbessern. Und da unten das noch schnell einsammeln. Zwei Stück sind sogar noch da. Rennst du bald da hin? Ha. Muss ich nun da noch raus. Dülü. Ich komm bot, Digga. Au, 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 au. On my way. Nice. So muss ich laufen. Einfach töten. Kill dem all. Hat da einer drauf geantwortet? Ah, what's the language? Oh, 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 oh. Chainash. Abfangen. Na los, 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 los. Und getcha. Schalalalala. Den Türer hier kriegen wir auch noch. Ah, oder auch nicht. Ah, guess what's down. Dammit. Ja, wär mal nicht hinten rum. Wenn man... Ja. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komme. Achtung, Unsichtbarer. Uns ausgewichen. Das war sein Pech. Wir können theoretisch oben mal komplett die Runde machen. Das würde uns einen kleinen Vorteil bringen. Oder eben einfach mal die Runde hier. Gib ihm. Oh, Übernahme. Das geht. Von nicht schlecht. Hauptkleiner da unten. Trall, überleb. Komm, 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 komm. Nice. Hopp, hopp. Allbot. Wie wärs, wenn wir auch noch Allbot gehen würden? Na, Chainash geht sich schon das Teil schnappen. Hier werde ich nicht mehr viel ausrichten können, oder? Der, der, dem. Irgendwann kann ich noch ein bisschen was machen hier. Damage. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Nice. Leider haben wir jetzt nicht genügend von den Teilen bekommen, aber immerhin noch zwei Kills. Für ein Opfer. Das ist okay. Da oben hilft, pusht und pusht und pusht. Das ist so ein Win, ey. Nice. Und vor allen Dingen recht schnell. Überrascht mich. Na, auf, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Jetzt kommen sie mit ihrem Umgeheuer. Ah, sief, 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 sief. Nein. Dammit. Too late. Too safe your ass. Sorry. Jetzt hab ich nochmal mich geheilt. Ah. Die kleine Maus nervt extremst auf dem 4K. Ansonsten ist es ultra geil. Wir könnten übrigens mal unsere Lane wieder sichern, aber ob dazu haben wir momentan keine Lust, wie es aussieht. Zillü Hop und der ist noch gerade mit dem Ach, jetzt waren sie drück. Schade. Aber gerade so spaßig. Ja, das Ungeheuer kommt nicht weit. So, jetzt aber weg da, Jungs. Aber zumindest Sylph, den Lower B. Ah, glaubt ihr, die Tür hat nett. Ich bin unterwegs. Nein, jetzt sterben sie alle. Ah, nein. Ich bin jetzt der Einzige, der bei Nacht was einsamen kann. Geht jetzt. Ja, die sind unten und oben. Hier kann ich's tun. Nice. Was machst du? Hier. Das ist unglaublich. Und einsammeln, einsammeln, einsammeln. Und jetzt einfach nur noch durch eigentlich. Und attackieren. So, haben wir's noch bekommen, bevor das Ding vom Gegner übernommen wurde. Jetzt müssten wir eigentlich nur eins von uns holen. Holt das mal einer, Jungs. Irgendwie will das keiner. Kann das sein? Ja, nur ich's mehr. Und zwar könnt ihr einfach nur pushen. Das hab ich schon bewusst, oder? Okay. Die anderen leben sich grad wieder. Dann haben wir die Chancen. So. Der jetzt auch noch weg ist. Habt mehr als genug Zeit. I'm coming. Und bring noch drei meiner Kollegen mit. Okay, wir auf die Bot Lane. Dann kommt schon Jungs, Mädels. Ein mit euch. Charge. Das ist ein G. Oh Gott. Das ist ein PIECE mit dem G-Mann. Das könnt ihr auch endlich mal aufhören. Wisst ihr endlich mal, wie's weitergeht. Nein, ich lese mir nicht den Manga durch. Schön animierte Anime for the win. So, eins müsste ich noch. Noch eins. Nee, bin auch sorry. Ah, schade. Schade, schade. Und noch einer dabei. Wunderbar. Letzte Runde. Gib ihm alles. Und dann ist mein kleiner Uta nämlich auch endlich level 10. Hell yeah. Wurde angeblich genervt. Und dann geht's mal. Ja. Alle da. Fuck.